So, ich habe jetzt die neuen weißen Spraynose bei mir auf dem Schuh drauf getan und bin sehr glücklich, wie es ausschaut. Sie sind echt cool, man sieht sie kaum und sind auch leichter drauf zu machen, dadurch, dass sie ein bisschen dünner sind und somit es leichter ist, einfach auf jeder Oberfläche zu befestigen. Ich habe nach meiner Fußgelenksverletzung wirklich etwas gesucht, dass sie wieder mit Selbstvertrauen auf dem Feld stehen kann und meine ganzen Stop-and-Go-Sachen super erledigen kann. Ich glaube, da habe ich mit Spraynose genau das Richtige gefunden, ich merke, dass es mir Sicherheit gibt und auch, dass ich weiß, wenn ich umknicken sollte, dass ich Unterstützung habe, dass es gar nicht passiert oder den Impact ein bisschen wegnimmt, bin ich sehr dankbar dafür und ich glaube für jeden, der Probleme hat mit viel Umknicken, sollte es eh ausprobieren. Ich habe die Abenteuerung von einem hoher Töger st nữa, wenn ich das nicht verletze Ich habe das eine Begrüßung mit leichter, wenn ich in der Abenteuerung habe, um einen hoher Töger steh- und ein hoher Töger und ein hoher Töger. Ich habe das eine Begrüßung mit einem hoher Töger, also war es ein hoher Töger, wenn ich so ein bisschen was, und ich habe es mir gegrüßt, dass es mir ein hoher Töger ist. Ich habe das eine Begrüßung mit einem hoher Töger, aber ich habe es nichts